Der FSV Mainz 05 konnte mit Ludovic Ajojk das größte Schnäppchen der Wintertransferphase landen und in diesem Video zeige ich euch wieso das der Fall ist und inwiefern er zu den 05ern passt. Zunächst einmal kommt der Franzose nun mit einem Marktwert von 11 Millionen Euro. Die Ablöse an Straßburg beträgt allerdings nur 6 Millionen, da der Vertrag 2024 im Sommer ausgelaufen wäre. Dennoch ist das Ganze dann doch schon ziemlich stark unter dem Marktwert. Aber schauen wir uns zunächst einmal das Spielerprofil von Ajojk an. Er selbst ist als Spieler ein physisches Monster im Sturmzentrum. 1,97 Meter groß, extrem Kopfballsteig, also der gewinnt wirklich quasi jedes Kopfballduell, da er nicht nur groß ist, sondern eben auch noch eine gute Sprungkraft inne hat. Er ist zwar nicht übertrieben langsam, aber auch nicht gerade schnell. Ajojk ist ein guter Stürmer, was das Pressing und die Arbeit gegen den Ball betrifft und er ist auch Linksfuß. Sein Passspiel ist zwar ausbaufähig, aber er kann als Wandspieler die Bälle gut vorne festmachen und auch ablegen. Dennoch kann er in der gegnerischen Box oft auch den besser positionierten Mitspieler finden und hat so auch einen guten Wert, was erwartete Vorlagen angeht, auch wenn er in Realität relativ wenige Vorlagen gemacht hat, was aber dann an den Abschlussqualitäten seiner Mitspieler liegt. Er selbst hat hingegen normalerweise solide Abschlussqualitäten, in seiner kompletten Karriere erzielte er drei Tore mehr wie erwartet wurden. Allerdings liegt das auch daran, dass er viele Kopfballtore erzielt mit einem niedrigeren Expected Goalswert und zeitgleich aber auch einige Großchancen liegen lässt. Eine seiner zwei besten Saisons war die letzte, als er mit Straßburg Siebter wurde in der Liga und dabei zwölf Tore und acht Vorlagen beisteuerte, was auch nochmal seine Spielintelligenz im gegnerischen Drittel unterstreicht. Problem diese Saison ist nicht unbedingt er selbst, auch wenn er oft unglücklich war, sondern er, dass keine Chancen kreiert wurden, weshalb man aktuell auch nur auf Platz 16 im Abstiegskampf zu finden ist mit Straßburg. Durch dieses Formtief, zumindest was seine Scowa-Statistiken betrifft, ist eben auch sein Marktwert gesunken, nachdem er zuvor auf seinem Höchstpunkt war. Ashok ist mittlerweile 28 Jahre alt, wird bald 29 und kommt meiner Meinung nach jetzt erst wirklich in seine besten Jahre. Bis 2020 hatte er nämlich noch nie einen Marktwert über 5 Millionen, ist also eher ein Spätsünder. Zudem ist er nicht auf sein Tempo angewiesen bei seiner Spielweise, daher kann er noch lange auf Top-Niveau spielen und oft ist es ja auch so, dass die Art Stürmer erst so ab 30 Jahren wirklich in ihre Prime kommen, was die Karriere angeht. Meiner Meinung nach passt er eben auch ins System, Straßburg hat nämlich letzte Saison ähnlich gespielt wie Mainz unter Bo Svensson und diese Ähnlichkeit sieht man eben auch an den vielen Transfers untereinander in letzter Zeit. Anthony Cassi kam beispielsweise im Sommer ablösefrei zu Mainz und findet immer besser rein mittlerweile und auch Pierre Gabriel war in der Hinrunde dieser Saison von Mainz an Straßburg verliehen. Man achtet dabei also so ein bisschen darauf, dass er reinpasst und Ashok ist eben auch genau der Typ Stürmer, der seit dem Abgang von Adam Solloi im Kader fehlt und den sich der Trainer auch schon des Öfteren öffentlich gewünscht hat. Denn mit Boykert und auch Onisivo, die sich generell ziemlich ähnlich sind, hat man zwei schnelle, eher Spielsteigestürmer, deren Stärke jetzt nicht unbedingt im Abschluss liegt. Und auch Ingwarzen ist ein ganz anderer Spielertyp, der zwar stark im Abschluss ist, aber dank seiner Spielstärke eher weiter zurückgezogen spielen sollte, eher so als eine hängende Spitze, möglicherweise ja dann hinter Ashok. Der französische Neuzugang ist der gewünschte Stoßstürmer bzw. Zielspieler, der die Mainzer eben vor dem Spiel unberechenbarer machen wird, inwiefern sie spielen, da man seine Offensive eben um eine neue Facette bereichert, auf die man halt zurückgreifen kann, aber auch nicht muss. Sollte man zurückliegen oder das Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner selbst gestalten müssen, so bietet er über beispielsweise die herausragenden Flanken von Linksverteidiger Aaron Martin eine gute Option für Kopfballtore. Auch ich hatte im Sommer einen ähnlichen Spielertypen mit Thomas Ory für Mainz vorgeschlagen als Transfer, sie haben aber abgewartet und nun mit Ashok eine der besten Lösungen gefunden, in dem Bereich, was für sie im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten machbar gewesen wäre. Schon im Sommer wollten ihn beispielsweise Hertha oder auch Stuttgart verpflichten, nun ist er durch die schwache Hinrunde und die gesunkene Vertragslaufzeit deutlich billiger geworden und stellt für Mainz ein meiner Meinung nach großes Schnäppchen dar, das eine offene Kaderstelle schließt und den Mainz-Fans viel Freude bereiten wird. Alles in allem für das Geld ein überragender Transfer, den man dennoch zunächst noch ein bisschen Eingewöhnungszeit einräumen sollte. Das soweit meine Einschätzung zum Neuzugang von Mainz 05, Ludovic Astorik. Was sagt ihr zu dem Transfer? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.